Musik 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 Ich habe keine Kalko, brechst es und dann wird es mit der Schöpfung sein. Der Klingel ist nicht fertig. Lass es nicht, du hast es nicht. Jawohl. So, jetzt wollen wir uns nicht mehr nachher auf dem Posten, um... Nehmen wir die im Torso. Ich kann nicht, Carlos, okay. Warum, wir müssen die Nachher auf dem Posten? Aber, uh, 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 um, 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 um. Okay, Jürgen, Sie sind da oben in der 30er-Zahle-Bandbank, der gar nicht, dass es ein 70er ausübt, ich brauche bei mir, das ist toll, ja. Wie wollten Sie das wissen? Das heißt, wieso ich das wissen? Das kann ich nicht so abschätzen. Haben Sie keinen Autopistolen? Ja, brauche ich nicht, das kann ich so machen, das ist auch ein Junge, ich will nicht. Tschau, aber das weiß ich ganz genau nicht. So. Und Sie schauen das aus. Weiter der Aussage, dass hier nicht der Führerschein nächste Woche aufgenommen ist, der Holter kommt, und weitere Teuer. Wenn man den runter kommt? Ja. Für andere? Nein. Fahrräder, ohne Führerschein, es wird teuer. Was willst du teuer? Ja, ob 23-Tiger oder so, wie es her wird, aber? Na. Fahrräder, ohne Führerschein, das wird teuer. Ja? 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 Vielleicht ist er da drin, da hab ich das Stuhl reingeschmissen. Da hab ich den Pistuhl drin, da hab ich die Frau da schossen hab, bei der ich das Auto g'stun hab. Ah ja? Ja? Den hab ich noch hättig gehabt, warum hab ich noch hättig geschmissen? Na, verhofft hat mein Gehrt? Nein! Nein! Ja, schon. Da seid so viele. Ja. Da? Ja. Das verlassen Sie mich nicht, der Glauben. Ich hol den Kommandant. Oh, das war noch. Ja, auch nicht. Sind die Leerbogen für lange schlafen. Ja, das war noch nie. Lieber Herr Kollege, hat sich das hat nicht noch einmal da in Frankfurt gemacht. Da haben wir eine Belogenblume um ganz oben. Ja, ich werde da nebenher jetzt schon. So, darf ich mal einen anderen S.L. Ja, sollt ihr schnell noch versetzen? Ich bin nicht falsch. Führerschein. Wo ist er denn? So bitte, suchen Sie ja raus. Sie haben einen Führerschein. Das ist wahrscheinlich. Der hat einen Führerschein. Und mit was für einem Auto sind Sie denn gefahren? Nein, natürlich. Ja bitte. Sind Sie aber in den Zuglösern geschehen? Das ist wahrscheinlich locker. Gute Scheiße. Gute Scheiße. Scheiße Gott. Das ist... Das ist sein Auto. Ja. Haben Sie gedacht? Das ist sein Auto. Machen Sie mal die Taschen auf, ich will die Pistolen sehen. Was soll ich denn? Pistolen? Die Pistolen will ich sehen. Das ist ein ganzes Kleiner. Ich habe die Pistolen geschehen. Bitte noch. Du bist... Du bist kein... Du bist kein Pistolen. Sag ich euch jetzt. Du bist noch betrunken. Die haben Sie sich selber gegrüßt. Nein, der Kollege. Ich habe den Kopf. Nein. Ich habe den Kopf. Mein Gott der Heske. Das muss ich selber machen. Geh aber anstehlich. Einige Blösen. Und? Die ist nicht getan. Was schaut er aus. Ich kann nicht mehr ab der Nasch. Die haben Sie das überprüft. Aber ich hab das schon bauen lassen, nicht? So, Kollegen, was ist jetzt mit der Leuke im Kofferraum? Was heißt das? Keine Leuke! Keine Leuke! Sind Sie sicher? Also, das muss ich jetzt auch wieder auskennen. Keine Leuke, keine Alkoholisierung der Pistole! Rein gar nix! Sind Sie viele Leuke! Was?! Sehen Sie, Herr Kommandant, dass diese Anschuldigung für Ihren Kollegen jeder Grundlag empfehlen? Und womöglich hat er noch gesagt, ich werde jetzt schnell freuen!